Ich spiele Olaf Jungle, denn wir haben eine Karte, die against the Lockdown. Wow! Die Weltmeister sind natürlich immer schön. Aber muss man nicht machen, kann man aber. Man kriegt zwar einen Report dafür. Was soll's. Ja, gut. Also, dann haben wir Yi und Jungle im Gegend. Und Garen auf der Top-Lane. Oh, damn, damn. Damn straight. Ja, ich verstehe das nicht. Garen mit D.P. und Swayne. Und die haben, glaube ich, auch Insta-Logger gehabt. Oh, ich bin Raine. Und wahrscheinlich muss ich gehen, ne? Ich bin ein bisschen schulder oder so. Du weißt schon, warte kurz. Du weißt schon, es bringt nur was... Also, es bringt nur einmal pro Game ein Report. Das heißt, wenn neun Leute reporten, ist es genauso gut wie ein Report. Schau mal, ich fappe. Ne, ich schreibe Zeit auf Blatt. Seh ich meine. Ja, mach ein auf Blatt. Schreib ein auf Blatt. Geist. Hahahaha Hahahaha WuhAU H koyifu. Schön, dass sie nicht deutsch sind, die wissen, dass sie nicht... und und mein Gott ist ein Minus um Worte Worte sie ist meint meine Jena startet mit was ist das für eine Scheiße meine alle ich es in der Vorlauf fast 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 Wie war das? Ich stelle nur mal, wenn ich auf das Monster gehe, dann ist da eine übelst fette Schrift. Das ist manchmal ein bisschen näffig. Ja, okay. Ihr Kater sagt. Kann gut sein, ich spielte Kater. Das ist vielleicht ja Alex. Alex ist schlecht. Darum. Hast du die neue Folge schon gesehen? Von was? Ich habe sie so Rage-Folge genannt. Nimmst du wieder auf? Ja, natürlich. Der Kater wohl installockt und scheiße ist, das muss man aufnehmen. Wo ist denn der Yi? Yi Mei. Die haben Ignite auf der Bordlane dabei. GG. GG. Was ist denn das von unseres Bordlane und wie so sagt meine Jenna so? Reiki Chenna hat nun schon ein Kill, man. Schon zwei Mal. Was? Das Neurlauben gekriegt werden. den das ist denn das geschafft als ich was das Grüne noch machen er lebt das rote verteilt der muss blau verabredet sein 8x und man die Wohler das hat das neue Blatt Rieser er bleibt so ist er für alle ich habe auch gar nicht gebraucht drei Prozent maximales Leben auf jedem Ort wird der Panisch Warte und auch nicht die Schiene und eine Munde kann er nicht laufen die hier keine Schaden das ist sicher gesagt man muss auch nicht Ich hab ihn vergessen Genau, ich komm zu Japan los Scheiße, das ist Ich kann Solo-Drake, Mann Ich hab ihn nur Typing Ach mein Gott, ist diese Portlane Scheiße Was soll das? Komm schon Jena, rip Wer? Ah, unsere Toplane Ah, ich bin tot Mach doch nicht Mach doch nicht Ich bin tot Weil Lockdown geultet hat Und ich war übel slow Ich bin tot Mein Handy ist auch nicht das Slow, Mann Ich bin tot Du bist scheiße Ja, ich bin doch nie Olaf Jungle Das ist genau wie Olaf Toplane Schnauze, da gewinne ich wenigstens Warum Tower-Divest du denn auch? Ha, der war low Warum bist du scheiße? Schnauze, Report lieber Gatter, dass ich nicht mit dir konnte Report man, wie Genna viel Scheiße ist ein Mann Das ist dem Report auch, halt Der macht dann so einen Wirbelwin, ohne einfach den Gegner zu sehen Wirbelwin, Yope Was hab ich da gerade angreifisiert? Was? 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 Was versuchst du? Ich weiß nicht Warte, mein Vater ruft da Geh 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 Das war's für mich. das hat keiner gehört von euch das ist mein Hasaki, alter kigiri zaufka Das ist ein Zauberer, das ist ein Zauberer, das ist ein Zauberer. Das ist ein Zauberer, das ist ein Zauberer, das ist ein Zauberer. 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 Das ist ein Zauberer. Das ist ein Zauberer. Das ist ein Zauberer. Gaterina, was macht die? Ist die scheiße oder so? Das ist ein Zauberer. Die sind die Zauberer, das ist ein Zauberer. fucking. Man. Ah! was macht die channel kein sony kein nix man was bald natürlich frost quits claim für das item was auch sonst ich habe auch immer was von Rekoboth 9, ok Das Beste ist, mein Vater ruft mich an, um mit meinem Bruder zu kommunizieren. Ich so, was willst du von mir? Warum rufst du mich einfach hin an? Und er so, mach ich halt. Ich bin's faul, Sack. Ich so, dein Ernst? Alter, Report, die Karte, die klaut mir einfach alles. Oh. Hilf mich mit meinem Bruder, gleich. Naja, hol auf, ob der läuft sich. Da ist ein Fall dagegen wo. Ich krieg mich nicht ab, nein. Und der Nocturne auch. Zockert. Zerrein. Zerdösel. Also, wieder geschlitzt. Getroffen. Spulti. Spulti. Nein. Ja, das ist selbst mau. Warte, i. Lüb mir Jeno. Oh. Fui so, warte, tine ist. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Oh, GG. Wie kann man so abgrundtief scheiße sein? Nein. Wenn ich sie cut, die Insta lockt und, äh, 03 steht. Ja, ne, aber die Jena, die hat die Ulti und steht da, oh nein, ich lass dich jetzt mal sterben. Jena. Jena. Are you maxing you? Jena. 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 Alter, er. Okay, Rika? Abotten This game is scheiss Kappa ist tot Ringanen Daniel Ooshimashita This is the E-Pix I will fight I will fight I will fight I will fight Boss I will fight GG Come on Niii Nein Engage doch Kata, du inkompetentes Kind Alter, kann die Kata nicht lesen? Äh, Jenner oder so Warte Renn dahin, renn da Ich konnte nix tun Diese Kata ist dumm Ja, dann gilt sie, ist sie auch noch GG Und die Jenner ist auch zu dumm zum lesen Schreib mal Rippo Kata vor Fie, KS, alles Ich bin nicht dein Butler Ich bin nicht dein Butler Ich bin mein Ober Butler Ich bin nicht dein Butler Eine kleine Butler Bitch Kleine Norge Eh Ja, genau Darum machen ihre Schilder Auch ungefähr so viel Warte Schau mal diesen Schildern Schau ihn dir an Siehst du wie groß das das Schild ist? Du bist ja mächtig Das ist keine Janna, die eh magst Zumal Die Siehst du Du bist Informal Waffen Schau oder Schau 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 was war da alles was war da alles gerade auf der bot lane ich weiß nur dass der garen top lane so richtig schön pushen kann und mit all diesen champions bin ich gut das ist das beschissene ich bin ich mache Prozent maximalen Prozent zu den mädchen Er wollte es rintern natürlich die Fiora, die Nulldreiche Ingenie nennen da Wir machen gleich Rode, ich mach gleich Solo Drake Ich bin einfach übelst Arschlarm, das musst du dir nicht wissen Ich habe schon einen Erzdrauch Was machen die, die Kinder alle Suicide Oh Oh ja gut ich bin hat mich gut und etwas ich habe doch mal das hier an der gt4 und gleich kann drake mehr machen. Dankeschön. Kein Scheiß. Wieso kann sich Jaren einfach hochheilen? Ich hab so wenig Lifestyle. Ich hab nur etwa elf Prozent. RIP! Jetzt aufs Maul. Roland. RIP! RIP! Was? Alt! Heiß dich heiße. Was machst du? Ähm, ich mache was. Warte kurz. Meine Schuhe putzen. Was macht der da? Pushen! Ja und wieso kann der einfach so pushen? Weil alle tot sind. Weil du nicht mit uns fightest. Warum fightet ihr dann, wenn ihr vier gegen fünf sind? Ich hab zwei gekillt, Solo. Ja, die Zähne benutzt die ja weh, um mir eine Farm zu wegnehmen. Ich... Chichi! 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 Was das tut weh, sowas zu schauen? Was ist das denn? Los rein, Hilfe. Ja, ich hab ihn dir. Ja, ich hab ihn dir. Ich hab ihn, die Zähne. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn mir. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn mit ihr, was erinnert. Ja, ich hab ihn. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Geht doch! Sollen die jetzt noch so... ah du ist... Nein! Ah lol, wer will's holen dann? Reel jetzt! Die Fiora! Ich hab gehört, die Runde fackt ab. Irgendwann, irgendwann, irgendwo. Indrisch spielen wir keinen Rank, Mann. Weil... Schlagsahne? Ja ne, wenigstens hab ich gesagt. Der wird alle wieder zum Float, die Schlampe. Wartet, ja. Boah, er flasht. Rampage! Ich hab vorhin in WoWi gegen Ezreal 1 Fall gespielt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sind der Platz für Lolo Dings da? Was? Kann ich nicht mehr so aus. Tja. Ich weiß. Wir haben versucht, die Statsache zu haben. Der Gator hat das jetzt zu gewonnen. Der Gator hat sich in WoWi gegen die Bromaya posee. Wir haben jetzt auch versucht, wenn man es nicht richtig sanft. Wir haben hier, wir haben complemente, wir haben hier noch geboten. Doppel, Doppel, Doppel. Doppel, Doppel. Doppel, 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 Doppel. er hat schon wieder nicht auf mich geholtert der typisch schlechter SS, er hat noch nie auf mich geholtert ich glaube, mein Vater ist hier kloppt der eine oder was? nein was ist der nicht packt, da ist alles was kommt komm ja alles da seht ihr durch waa Bis zum nächsten Mal. Die Stühle sind mit dem Zahnarzt und den Angriffen der Stühle aufgelistet. Der Stühle ist mit dem Zahnarzt und der Stühle ist mit dem Zahnarzt. Der Stühle ist mit dem Zahnarzt und dem Zahnarzt und dem Zahnarzt. Das war's für heute. Das war's für mich. Alter, die Jena ist schlimmer, die Hodenkrebs. Du stirbst. Die ist Hodenkrebs, Alter. Die ist schlimmer. Ich glaube, die Tata ist noch schlimmer. Die Tata kommt nachher. Oh ja. Ich stirre jetzt mal ein bisschen. Weil ich so gut bin. Schau mal, wie sie Schildstärke an, Mann. Wow. Das ist so gut. Und warum hat die Sekes Haarbringer und verbindet sich nicht mit mir? Mit wem hat sie sich verbunden? Oh, sie hat ein starkes Schild. Guck dir das an. Wow. Mit wem hat sie sich mit Sekes verbunden, Mann? Cutter. Nee, mit niemandem. Nein. Das ist so eine... Oh ja, Rage legt das vor. Ich kauf mir das. Das ist sicher gut. Du, geh mal Bottlinger fahren. Oh mein Gott. Ich mach mein Derzeit-Track, muss mir nicht helfen. Ich mach den Easy-Solo schnell. Und so nackig. Jenna. Do you even know how... Ich kauf mir das. 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 er hat mich gepingt ab auf ist das meine oma ist besser in league of legends ich spiel platin leech wer das master ich küsse ich ja nicht da hin alleine ja was hast du erwartet gg Ich hab dich aufhören, ich hab dich aufhören, ich hab dich aufhören. Boah, sie hat geultet Boah, sie hat einen Stun Wo bin ich? Wieso ist die Wieso ist die tot? Ja, und Garen ist wieder voll, GG Ich auch, ich bin Ola Dauten pushen Swain durch Mein Zuladen Ich will Nao, Mann Warum kann mein Team nichts? Schau dir dieser Gann Block mehr Schau Scheiße Schau 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 Das war's, glaube ich, auch wieder für heute mit dieser Folge. Ja, der Gangfinished. Okay, ja, ciao und bis zum nächsten Mal.